Musik Sehr zufrieden, weil es gute Spiele waren, hochklassige Spiele, technisch gute Spiele und ein super Abendprogramm dazu. Musik Hier bei dieser Endrunde finde ich es ganz hervorragend. Ich habe ein paar ganz, ganz tolle Spiele gesehen. Ich finde es toll auch, wie hier die Organisation abläuft. Musik Die Veranstaltung war super ausgerichtet, toll organisiert. Also ich bin wirklich begeistert. Die Halle war super. Die Schiedsrichter haben eine super Leistung gebracht. War ein toller Tag. Ich bin insgesamt überwiegt auf die Freude.